Jetzt bin ich tot, Sochi. Du bist tot, du kommst an mich. Ja, die Ulti sind. Doch, die Ulti, oh mein Gott. Was der Fah. Ja, wie war das? Ja, was ist denn so? Ultimates? Bist du mit mir? Und da ist Opel, oder? Ja, Opel. Opel, Forts, genau. Auf jeden Fall eine, weil... Opel. Ich habe meine Farrah jetzt hoffen und muss nur noch hoffen, dass er auch was kann. Ja, hey, ich hoffe, ich bin zuletzt. Ja, lass uns doch zumindest hoffen. Das ist zu. Was erwartest du? Das ist zu. Was erwartest du? Wir springen jetzt. Der Gärtner, der weiß nicht. Das ist zu so. Irgendwas doch Schaden macht, wer net. Im Rehbar. Er spielt sonst Roadhog und Anna. Und eigentlich keine Farrah. Na, super, ey. Gerade jetzt will er das mal ausprobieren. Kann er das nicht im Quickmatch ausprobieren? Nein. Dann kratzt er doch ab, du blödes Stück Scheiße. Ey, das hat's doch. Hey, nicht du. Wow. Er hat insgesamt 47 Minuten auf Farrah. Naja, das reicht aus. Ja. Der wird alles reißen. Farrah ist doch ein OP-Sham. Der wird das jetzt sowieso trotz Pisten gewinnen. Die haben nur Wirdome. Ne, den Hanso haben sie. Der schießt die gleich rein. Und ein Junk. Juhu. So, Leute. Und die Bestie. Junkred hat hier reingeschossen. Die Barriere ist schon weg. Ich fight den fight jetzt mal im Rücken, hab ich gehört. Ja. Jawollah. Und ein Bastion. Elbasado. Oh, fuck, fuck, fuck. So, ich hab da ein bisschen. Danke. Mein Schild ist weg. Oh. Der ist low, der ist low. Und zwei sind... Oh, wow, 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 wow. Der ist da hinten, der ist... der... der Bastion ist hinten drinne. Vielleicht von hinten, ne? Was? Nein. Der jetzt ist ja weggelaufen. Jetzt könnt ihr ihn euch hinholen. Hier, 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 hier. Nein, ich bin eingesporen. Ich bin da. Boah. Ein Bösschen da hinter der Tür, ey. Jaja. Passt auf, Leute. Passt auf, den Bösschen auf. Wenn er einfach nur dort bleibt, hab ich mit dem absolut kein Problem. Dann soll er da einfach bleiben. Geht ihr da rein oder soll ich da rein? Nein. Wir brauchen da gar nicht rein. Die lassen doch einfach da hinten. Die May hat mich... Ahahahahaha. Wenn die einfach nur da hinten stehen bleibt, können wir ihn total ignorieren. Fuck, der Bastion hat mich... Ups, und ich stehte drauf. Ah, ist das so ekel. Es ist rechts der Bastion. Es b $o £20. Komm schon, geh da mal, t opk dele. Der bewegt sich auch nicht, der Bastion, oder? Fora macht den eigentlich keiner kalt? Nee. Wir machen wie schutzlos, ne? Wer ich draus schießt, ist mein Mag sofort da. Ignoriert doch denn einfach, das ist ein Wziękstoff. da hin. Ich hab irgendwas gekillt. Nice. Rauf jetzt. Da in die Ecke stellen, dann ist gut. Dann muss er kommen. Junk ist da drin. So, Leute, ich geh jetzt mal da rein. Junk hat links. Vorsicht, der hat dann noch Faller hingestellt und das Haus, wenn ihr rein wollt. Nö. Ist er tot? Der ist doch tot jetzt, ne? Toll. Shit. Ach, Mann, ich wollte gerade meinen Ulti. Mist, ich hätt die alle gekriegt, ey. Vera ist so lappen. So, Leute, wir gehen jetzt alle zusammen drauf. Ich hab auch Ulti jetzt, ja. So, bereit? Los jetzt. Du müsstest Shit erst dran bekommen. Brauch mal Heilung, bitte. Danke. Das war nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich soll mal auf Dings gehen. Achtung, Dings, äh. Passt. Oh, oh. Weg, 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 weg. Okay, ich brauche keine Ahnung, danke. Ich bin ein... Ich bin drin hängen geblieben. Nein! Oh, fuck, ey. Ich wollte... Mann! Das ist nicht dein Glück. Zu tot? Danke, ich bin schon. Geh zum Freund, geh zum Freund, das ist weg. Ich werde eingefroren, ich werde eingefroren. Okay, super. Nein! Hilfe, 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 Weg! Wo bist du? Boah, danke Patrick. Oh, Gott, ich liebe dich. Danke, Heilung. Nice. Ciao, BR. Super, Leute. Alter, was für'n... Rechts, der steht rechts. Rechts? Okay, dann kommt... Ja, ich seh' ihn. Den kriegen wir von hinten, den kriegen wir von hinten. Okay, ich helenke ihn ab und ihr geht von hinten rein. Ab dann. Da war er tot, oben ist ein Junkrat drinnen. Aua. Dann steht er schon. Patrick, komm raus da, komm raus da, hier ist keiner Payload. Fahr mal ne Runde. Ist er da drin? Ist er tot, super. Ja, super, gut hast du's gemacht, May. Oh, ich schlafe. Also, wo bist du? Ich komme hinter mich, danke. May, Achtung, May. Ja, shit. Die May ist übelst. Ja, dafür ist der Reinhardt ein totaler Noob. Achtung, Jacket. Uuuu, aua, 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 aua. Dankeschön. Aufs Bärbeln. Ach, Mist, hat sie sich dahinter. Ja, blöden Wander. Oh, Achtung, du hast ihn. Best schon. Achtung. Und rechts. Dank von rechts hinten. Und hinten. Ah, von hinten. Hab den Junk. Das war knapp, ey. Ja. Die Regroupen, Rainer wartet schon. Ja, der Best schon ist da. Ich brauch bisschen mehr. Das ist zum Glück wieder mal kurz um die Ecke. Durchsicht links. Oha. Ich bin der Best schon. Oha. Wo ist der? Ja, okay, der ist U-Low. Und deswegen spielt auch Best schon. Und da hinten, okay. Ja, jetzt. Achtung, Rainer hat da. Ah. Wer hat er mich denn totgeshaltscht? Wenn er nur so hingekommen hat. Okay, er ist aber tot. Ich hab Ulti. Hab den Best schon. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte mal. Achtung, der hat da was gelegt. Danke. Keiner hinterhältiger Sack. Ja. Mein Schild ist Hälfte. Links ist ein, ähm, Drunk. Rechts ist ein Diva und ein Reinhard. Schuss, Mercy. Wir sind da alle drinne. Der Reinhard, der hat mich gleich. Ich brauche Heilung, Heilung, Heilung. Bitte Heilung. Ich bin hier hinten. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Danke, danke, danke. Back down, back down, back down. Back down, back down. Sehr gut. Ich bin da. Dann, mein guter Ratz. Oh, mein Schild ist weg. Mein Schild ist weg. Ah, shit. Ist es da oben? Achtung. Die war es oben. Die war es nicht. Was macht der Lucio im Spiel? Der wollte mich runtergegeben. Mein Schild ist down, mein Schild ist down. Er ist schon rechts, ne? Ich bin tot. Regroup? Was aber wäre ich tot? Ja, ich lau schon da hinten. Irgendwas ist eine scheiß Wand. Nochmal regroup. Oh, ja. Alter, das war ja knapp. Wann, wie viel hast du noch gehabt? Ein live, oder wie? Zwei. Also, der ist down. Jetzt ist offensiv. Wir haben Reiters. Reiters. Bisschen. Da ist der da hinten drin. Kriegen wir den weg? Ja. Ist er tot? Nee. Nee. Aber gleich. Die Mercy ist fast tot. Ja, er hat sich für mich zurückgeproben. Nein, Mercy ist tot. Ich bin hier hinten drin. Wo ist der? Der ist schon als Ulti. Da war es noch. Ach, fuck ey. Super Leute. Sehr gut. Fuck, der hat es. Ja, weil es dem sieht gut aus. Oh, 60 cm. Die scheiß Falle vom Ding, Alter. Die sieht man ja überhaupt nicht. Einmal sammeln und ran. Ihr geht da gerade aller Einzelnen rein. Verstehe ich nicht. Hört alles Ultis aus, äh... Wir müssen zusammen vorgehen. Ja. Oh, ist rauf. Patrick. Äh. Oh, Achtung. In. Ach, scheiße. Was ist denn hier los, ey? Der Besschen muss weg. Stung, das Besschen. Ich geh jetzt rauf auf den Punkt. Leckung hier und so. Heißt der, warte, warte. Heißt der wirklich Wise Guys? Ich hab mich gerade voll erschrocken an den Armen und es ist mich gerade gestorben. Shit. Oh, danke, danke. No. Aber war der Besschen kaputt. Alter. Wer ist das da hinten? Ich. Nein, das noch mal. Du oder deine. Ah, Mist. Da drauf. Wir sind aber weit. Ja, das stimmt. Ich spiel jetzt Jobjörn. Jobjörn. Ich spiel Best Bin. Okay, und damit ihr alle keinen Spaß mit eurem Helden habt, spiel ich, äh, pff, mh, May. Mach. Gerade ich das? Ähm, zu nicht. Es geht los. Es geht los. Bedeintei? Da geht es los. Oh, Gott. Da, 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 da. Nimm dir wieder die heilen Schleichwege. um ich hoffe die Schmelzen das Kindergarten R er steht so raus steht so ein bisschen er ich habe gerade die Blutungen ich habe es so drinnen ich habe gerade Meldes müssen müssen der Scheißer hat er jetzt sein ich bin Köln ein ganzes Leben warum du was zu essen gebraucht hast man den Nüsse und ich hungrig gemacht mit das wird auch gut und die war in der Oben Redo Mäckern du hast ein Aachen Köln der Fili bist etwas low der macht Haya Haya ist er tot? oben ist die Diva da drin mein Schild ist tot die Bruno ist da oben der macht Haya Haya nicht auf Diva schießen sie ist da oben Diva macht Haya Haya achso ich bin da da drin oh nein jetzt ist er nicht mehr da oben drin ah fuck ey jetzt ist die Widowmaker ist links im Kino drin oder was auch immer das sein soll im Theater Theater ist links wirklich aber die Widowmaker die hat uns alle unter Beschuss genommen ähm was würdest du sagen Patty? hm? nix ich hab gedacht es wärst du aber es ist damit anders gewesen ich hab mich ab dich das schaffst du doch alleine oder? die Widowmaker hat so hart auf einen Turm gesehen ey was? das Widowmaker hat so hart auf einen Turm gesehen ey weil ich nicht weil ich nicht mein der Turm ist einfach zu klappen ne also ja das nervt mich halt nur dass er dich durchgehend darauf zieht also mir brauchst du das nicht geben in der Verteilung erstmal ja gut der Turm killed das war so ein ja dankeschön der auch mal das war war das roto er ist ja wieder tot er ist ja wieder tot ich stell mal ähm Guld ne mach das ich denk mal das wär mir jetzt die Welt glaub ich hier nicht rein schaffen hm immer so weiter spielen ich dachte es nicht guck mal die haben uns ganz schön zurückgedrängt jetzt gerade eben wenn wir nur zurückdrängen ist jetzt nicht so arg haben sie uns nicht killen? du bist zu weit vor das ist verziehbar naja lag jetzt am Ulti wow shit 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 ich war doch hier im Auto ja die haben auch grad einige Ultis von uns raus gebetet ja ja hm 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 hm,... wer hat meinen Schaden rausge.. der Affe da hat unter dem Schild-Generator dran rechts glaubt ihr? oh der ist kaputt Nein, du wolltest es zu Null machen. Wer hat das nochmal gesagt, ne, eben? Wer hat denn seinen Mund da gerade nochmal zu weit aufgerissen? Guck mal, ob du gestorben bist. Boah, Alter. Du warst der Tank. Ich muss nur healen. So Leute, schön, dass ihr alte Tod seid. So, das schaffe ich aber nicht. Ist dein Turm noch da? Ja. Ah ja. Mein Schild ist aber gleich weg. Nicht wirklich. Mein Schild ist weg. Dann lass fallen, da ist eh grad niemand. Ja doch, da ist rechts drinne ist ein... Affe, Soldier. Affe ist los. Affe graded Power Turm. Mein Schild ist schön wieder gleich weg. Die Fokus sind halt mein Schilddown, wie man das halt eben auch macht, ne? Bitten kommt ein Affe. Ja. Der mich total übersehen hat und an mir vorbeigeht. Ich bin tot. So, ich glaube, das bringt jetzt hier nix mehr als rein. Alter. Doch. Es bleibt doch. Zu spät. Okay, zu spät. Das Problem war, wir standen einfach scheiße. Ich hab nix machen können. Junk Crap stinkt. Abwehr ist links mit der Fokus. Warte. Vor. Was soll ich denn da machen, ey? Ich krieg mich beim Nachladen. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Toll immer. Warum gibt solcher zu krass, Dings? Damage. Wen booste ich jetzt dann? Oh. Boah, im Ernst? Wow. Ja, Sota, geh auf mich. Ich find's das geil oder was? Die haben auch einen Diva, ey, malte. Die haben fast alle unsere Ultis. Fuck, ey. Achtung, den Soldier, der ist von hinten. Der hat sich dein eigenes Spiel. Der hat sich dein eigenes Spiel. Ich kann nur links mehr den Junk wegmachen. Sieht nicht so aus, okay. Da oben, na warte mal, ich versuchte mich. Ich komm gleich. Flick hoch. Ja, natürlich. Fick dich. Fick dich. Fick dich, Junk Red-Eye. Ey, ich halte grad mindestens fünf Player, vier Player zurück. Na. Machst du echt gut. Ich weiß, jetzt ist das Ende. Muss man leben. Jetzt bin ich tot, Sota. Du hast Sota für mich. Ja, die Ultis sind. Doch, die Ulti, oh mein Gott. Hehehehe. What the fuck. Der war's schon so. Ulti-Mate. Ach, hat sie jetzt nicht. Wenn das nicht Play of the Game wird, ich. Ich hab gedacht, der will sie hier am Payload stacken lassen. Ne, das dachte ich auch eigentlich. So hab ich ihn ja gezielt, aber der ist dann nochmal drüber, ne. So. So. Jetzt ein bisschen Rüstung verteilt. Oh, oh. Warte. Ah. Ah. Okay, cool. Hätte, hätte, hätte. Oh, 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 oh. Shit. Alter. Fuck. Sota. Aua, abgelingst. Mercy ist fast fatt. Die war's auch... Hab sie. Mercy ist tot von denen. Oh, fuck. Ava kommt. Ja. Wo ist der Ava? Boots. Hab ich nicht. Danke, es ist low. Du bist purple. Der hittet dich schnell. Achso. Ich hab Ult. Wenn was kommt. Heie, heie. Oh, diese Ava. Entschuldigung. Ah. Ich hab nicht drauf geachtet. Oh, Affe. Affe ist... Kommt Läufel hin. Oh, oh. Affe ulti. Affe von unten. Ich sleep ihn gleich einmal dabei. Sag Bescheid. Ist tot. Affe ist tot. Brauch Heal. Hat jemand Heal für mich? Ich hab... Okay. Nein. Leute, 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 Leute. Drauf, 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 Ja. Sie holen uns gerade hier. Ah, fuck, ey. ey, soldier ulti, soldier ulti. Nein, 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 verdammt. Komm her. Rauf, rauf, Leute, rauf. Achtung. Oh, hab das Rad noch. Melvin, super. Oh, scheiße. Oh, fuck, Alter. Die Ulti war so scheiße gesetzt. Ja. Hä? die haben es jetzt mit null geschafft er kommt rein weil sie durchgepustet durchgekommen sind ich check das ich schick das ich schick das und voll ja mann die jahre gewonnen g mein highlight trotzdem kann ich gewonnen na gut aber es war schön und es ist der second so tschüss ja hehehe ja 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 du